Hallo. Guten Tag liebe Fans von Borussia Mönchengladbach. In der heutigen Ausgabe der Presseschau zum Thema Borussia Mönchengladbach Bei gladbachfan.de gibt es folgende Themen Vorinfo, Burmönchengladbach, Bayern 04 Leverkusen Kicker.de Vatertag als Feiertag für die Gladbach-Fans rp-online.de Fans decken sich mit neuem Trikot ein rp-online.de Der Kampf um Platz 4 Bundesliga.de Endspurt Seitenwahl.de Ein Trio bleibt übrig In den Winkel in den Winkel blogspur.de Diese und weitere Informationen und Verweise sowie heiße Transfergerüchte gibt es auf gladbachfan.de Besucht bitte gladbachfan.de